Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Wie ihr seht, ist das Coldplay-Konzert over. Aber ich habe die wunderbare Malis kennengelernt. Das ist die Mama von? Helen. Von Helen, gell? Genau. Und das ist? Sarah. Sarah, hier ist Hannah, das habe ich mir gemerkt. Und? Yanni. Die tolle Yanni mit den schönen roten Haaren. So, und jetzt habe ich eben festgestellt, dass die liebe Hannah eine totale Swifty ist. Und hat, ihr könnt es wirklich mir glauben, sie hat geheult, als ich erzählt habe, dass ich bei Taylor Swift war. Und ich habe was Tolles für sie. Das habe ich zufälligerweise dabei. Es ist kein Zufall. Ich wollte das eigentlich selber aufheben, aber ich habe dieses Bändchen von Taylor Swift spezial für Hannah. Das schenke ich dir. Ich hoffe, es gefällt dir. Und ich habe ihr versprochen, sie wird Taylor in person noch sehen. Also zumindest im Konzert. Und ich bin euer Engel. Ich habe ja meine Flügel. Könntest du mich auch mal kurz aufnehmen? Ja? So, ich wollte Ihnen nur zeigen, ich wollte eigentlich diese Flügel dem Chris Martin schenken. Ich habe ihn ja gesehen, als ich mit meiner Verlobten damals, Jennifer, in Orange County, Los Angeles war. Ja, genau. Hier. Und da hat Chris Martin aus seiner Limo so gemacht, weil ich habe das immer irgendwie so eine Angewohnheit gemacht in Amerika. Glitzer, Glitzer. Naja, gut. Also Leute, es ist kein Verlust. Ich fahre vielleicht nach Wien und versuche da das Konzert zu sehen. Also die Leute sind alle begeistert. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen. Und wie gesagt, ich hoffe, die Hannah freut sich über das Bändchen. Ja? Ja, danke schön. Alles Gute. Gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Heimfahrt. Ja. Tschüss. Tschüss.